Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und zwar zu den LS19 Challengers. Heute wieder gemeinsam mit dem Randy, dem Werner und dem Ansgar, dem Gewinner, der heute nicht Gewinner heißt. Das heißt, du wirst heute nicht gewinnen, ne? Ich glaube auch tatsächlich. Heute geht es so ein bisschen um Strategie, aber Stefan, erklär uns doch mal ganz grob, was müssen wir heute machen. Heute müssen wir quasi Container von A nach B befördern, allerdings nicht in der normalen Variante, sondern mit diesen schönen Containertrailern hier und in einer besonders langen Variante. Das heißt, wir werden heute eine Art Roadtrain fahren mit Verladen, mit Hin- und Herkutschen, alles drum und dran. Eine schöne lange Strecke, es wird eng, es wird lang und es wird großartig. Genau, hier vorne sieht es noch nicht ganz so spektakulär aus, aber hinten, da war ja dann die große Kunst und es geht um Geschick. Ich habe eine Frage. Bitte? Ja. Gibt es diesmal einen Hund? Nein, es gibt diesmal keine Hunde. Okay, gut, super. Perfekt. Die Kröte. Die Kröte, ja richtig. So, ja, wir starten hier vorne, ne? Genau, wir starten hier vorne, wir starten hier und dann rennen wir in die Fahrzeuge und dann lassen wir das Ding sein Lauf nehmen. Genau, so machen wir das. Werner war rot, richtig? Ich bin blau. Blau. Ja gut, Ansgar ist rot, Grandy ist gelb. Ist ja egal, wenn jeder LKW hat, ist doch alles okay. Alles gut, dann würde ich sagen. Ja, Stefan, ne? Zehn mal runter und los geht die Party. Ja, ich würde sagen, drei. Moment. Dieses Video wird gesponsert von Raid Shadow Legends. Wähle deine Champions. Raid Shadow Legends. Okay, fangen wir an. Lol. Das war schlecht. Das war echt schlecht. Das war gut. Das war gut. Doch, doch. Das war gut. Komm, komm. Los geht's. Drei, zwei, eins, go. Jetzt ist der im Blauen eingestiegen. Mann, das ist doch einfach ein Minusfeld. Ja. Sehr gut. Wichtig ist auch, wir müssen diesmal nicht die Innansicht nutzen. Achtung ist, Colli. Ach nee, Leute. Stau auf. Was macht ihr da? Ja, schon haben wir uns festgefahren. Herzlichen Glückwunen. Fahren sie zu. Sie lappen. Nee, nee, nee. Sie lappen sie. Marta Maria. Es geht los. Es geht los. Ich habe gar nichts gemacht. Nur eine Biele getrunken. Ja, Wahnsinn. Hat sich jetzt hinten ein Festgang. Es läuft. Hab nicht mal eine Superkraft. So, schon wieder so klar, dass die ersten Meter schon wieder so dramatisch werden hier. Ja, Werner ist schon wieder direkt auf und davon. Ach Gott, jetzt muss ich ja noch. So, jetzt müssen wir hier natürlich... So, ja, hier sieht man natürlich das ganze Spektrum schon mal. Achso, Werner, bist du schon. Ich fang da schon mal an, ne, Jungs? Komm ich auch später. Nehm mir Kaffee mit. Stunde an der Zeit sind wir auch da. Kaffee-Experte bin ich, glaube ich. Ja? Ja. Kaffee-Experte? Ja. Achso. Jetzt muss ich wieder sprechen. Du warst mal wieder unterwegs, so, ne? Ja, richtig. Ja, so ein bisschen. So, jetzt seht ihr schon das große Ausmaß, Leute. Das wird, äh, grandios. Mal abkoppeln hier den Spaß. Oh Gott. Alter, das Ding fährt nicht. Oh, ist das lahm. Das ist echt lahm, das ist richtig, ja. Das ist spannend. Man muss immer erst mal hoch machen, damit man das Ding überhaupt fahren kann, ne? Ich bin gespannt, wer Logistikmeister ist. Ja, hier. Grüße. Ach du, ja, komm. Oh, der Werner ist wirklich platt. Hätt mich, was er will, aber... Werner ist ein bisschen im Hafen im Örtlichen, gar nicht. Ja, na klar, ne? Na klar. Weil wir ja so viel, so viel Häfen haben hier bei dem Unten. Ja, ja, ja. Ja, stimmt. Merkst du selber, ne? Merkst du selber. Ja, geht da selber. Ja. So, warte mal. Auf geht's. Stefan hat gesagt, man muss ein LKW-Kumpel, damit das funktioniert. Das ist korrekt, ja. Das kannst du dir nicht, äh, nicht befestigen. Nicht beschäftigen. Wenn hier nur ein Spiel ist, bin ich natürlich ein bisschen nervös. Nervös bist du? Ja, schon. Hast du nicht noch einen Norwendel, wo du mal kurz riechen kannst? Oh, oh, oh. Ich hab mir alles an esoterischen Mitteln in die Kämmerheit gelegt, aber... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, na, aber ich ruf dich an. Das wär's super. Genau, der Hafenmeister. Der Hafenmeister wieder unterwegs hier. Ja, ja. Danke. Ja. Mal, da müssen wir ein bisschen gucken hier. Gott. Ist das denn kein Sound? Ist das Elektro, oder? Ja, es ist ein bisschen ganz, ganz leise und sachte. Eieieiei. Also, es ist schon cool, was so alles für den LS19 gibt, ne? Ja. Vor allem, du kannst die Dinger ja befüllen und so weiter, ne? Mit allen möglichen Zeugen. Richtig, richtig. Das geht auch. Vor allem sollte man die auch schließen. Das war ihre eigene Regel. Ja. Ich würde nochmal einen allgemeinen Hinweis verteilen. Bitte. Ich würde aber dafür gerne den Daumen nach oben beanspruchen. Ja. Ihr müsst die Container zumachen, ne? Hanska? Zumachen. Ach ja. Stefan hat's genau mal gesagt, ne? Das gibt's von mir einen ganz großen Daumen nach oben. Ja. Das war mir schon wieder entfallen. Richtig. Ich hab jetzt vielleicht eine kleine Strafsekunde, die ich hier einlegen muss. Oh, nee. Muss ich nochmal abnehmen und wieder... Aber theoretisch? Ja, ja, ja. Gut, ja. Oder, nee. Man kann ja auch noch rausgehen, ne? Du kannst auch raus. Je nachdem, ne? Also, ich glaube, du kannst auch im LKW, wenn du den Anhänger nimmst... Dann, dann ist es ja halb so wild. Alter, wer das Ding langsam. Das ist wirklich so langsam, ja. Ist ein bisschen ein Kultspiel, würde ich sagen. Stefan, nur eine prinzipielle Frage. Ja? Dreh ich hier einfach mit dem LKW oder wie hast du das in der Vorbereitung gemacht? Ich hab einfach, äh... Bin einfach losgefahren, weil alle Sachen sind ja dann weg quasi. Alle Container sind weg und hast du genug Spielraum, um auszuholen und dann den Fahrtweg, äh... zu bestreiten, würde ich sagen. Das passt. Hab ich getestet, ja. Hat er getestet, so. Er muss ja gucken, ob er mit... Leute, Leute, Leute. Werner, wie weit bist du? Oh, fast fertig. Trink' einen Anfall hier. Ich schnau' einen Waffenmeister. Ja. Wenn das Ding ein bisschen flotter wäre, ne? Hätt ich das gewusstet, hier. Er hat früher Praktikum in der Reederei gemacht, ja. Jeden Tag Fischbrötchen. Oh, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Ja, ist schon süß. Ah, hallo. Wow, danke. Bitte. Verpack die Scheiße. Er hat auch gerade den Boden drin, der Rotz. Das läuft. Das läuft wie geschnitten Brot, René. Digi, ich hab's da auf Bild. In Farbe und Buh. Sechst du schon Geduld, die wir hören. Ja, ja. Letzte... Werner... Also, man muss ja später das auch wieder mit System abladen und vor allen Dingen aufstellen. Da graut's mir ein bisschen vor. Werner, hast du das im Kopf, das System? Hast du dich da schon so ein bisschen vorbereitet? Wenn ich dir jetzt sage, dass ich jetzt ein Foto vor mir liegen hab, was ich mit dem Handy vorher gemacht habe, in der Vorbereitung. Ach so. Ist es wirklich so? Natürlich. Wir reden hier mit dem Burning Game-Meister haben. Ich will den Hafen-Meister. Oder den Lagermeister, ne? Also, bitte. Mit wem ich heute spiele, stimmt. Ja gut, 100% geht's. Ist das jetzt ein Witz oder machst du es wirklich? Oder hast du es wirklich gemacht? Ey, du siehst ja, dass ich absichtlich Container oder Anhänger ausgelassen habe. Hat schon einen Grund. Ja. Weil du natürlich, speziell mit dem Kalmar, wenn du weit fahren musst, und wir sehen ja gerade, dass er nicht so sehr gut im Beschleunigen ist. Nee. Ist das vom Vorteil, wenn du in der richtigen Reihenfolge aufgeladen hast. Ja gut, die Kalmar, das ist halt immer schwierig, mit denen rückwärts zu fahren, ne? Das ist so ein bisschen zirky. Und wenn ich einen kurzen Weg habe, muss ich nicht viel fahren, ergo brauche ich weniger Zeit. Das ist korrekt, ja. Das ist richtig. Ja, heute wird es wohl ein bisschen länger als in der letzten Folge. In den letzten Folgen, genau. Ach, ja Gott, sei Dank. Die Werbunterbrechung. Endlich. Endlich. Jetzt eine Mid-World. Hallo. Oh, Dreckscheiß. Einmal die Geschenke, bitte. Ich bin gerade in irgendeine LKW reingeschlitzt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und? Danke? Wehe, das ist mein Container abgekuppelt, ey. Nee, ich habe Sprit abgesaugt, ich brauche noch ein bisschen was. Ja gut, sehr gut. Wann doch Rotwein alle ist. Kann ich den Kalmar irgendwo hinstellen oder lass ihn einfach irgendwo stehen? Den lässt du einfach irgendwo stehen, Werner. Ist vollkommen egal. Am besten da, wo er nicht blockiert. Werner ist schon auf dem Weg, ne? Wir lassen auf Rendys Parkplatz stehen. Aber ich kann das. Alle extrem flott. War doch ein. Enco Mio Grande. Oh, Werner schockt mich. Oh Gott. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie jetzt die Fahrt wird. Also es wird relativ eng. Und Stefan sagt, es geht. Ja, es geht definitiv. Muss halt wissen, wie du fährst, ne? Ja. Ja, muss halt da drüber schauen. Nein. Der Hafenmeister, der weiß, wie es geht. Oh, jetzt schnell noch den letzten hier. Sind alle relativ weit, ne? Oh nein, lass doch die scheiße X-Taste in Ruhe. Herrlich. Hallo, Baum. Erstmal mit gutem Zureden versuchen. Ja, ja, genau. Randy, der Baumkuschler. Wer kennt ihn nicht? Randy lässt ihn mal schon rumges... Wie soll die sagen? Rumgejammert, dass es rumspackt und irgendwie... Weiß ich nicht. Und der hat geschummelt. Er hat geschummelt. Sehr stiller. Ich hab's gesehen. Ein sehr stiller Fahrer. Der hat geschummelt. Randy war in der Außenansicht. Ja, ich war in der Außenansicht, wo es um die Kabine wechseln geht. Achso, letztes Mal, ja. Naja, ich müsste ja... Ich hab den Standard-BW nehmen gehabt. Ja. So, Leute, auf geht's. Let's go. Roadtrain aktiv. Das ist schon spektakulär mit dem Ding. Aber ich fand's schon nett von Ansgar, dass er geschrieben hat. Das ist okay in meinen Kommentaren. Ja. Wo ich mir so dachte, ja, was soll's denn sonst sein? Ich wollte einfach ein bisschen geschärfer aus dem Gespräch rausnehmen. Roadtrain, du bist raus. Bisschen. Das ist sehr freundlich von ihm. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt, muss ich sagen. Nee, ist es auch gar nicht. Das ist, weil die Gelenke lenken mit, teilweise. Das ist relativ... Oh, ich krieg die Türen nicht mehr zu. Den Abladeplatz. Ah, jetzt hier. Das sieht gut aus. Ja, du hättest die Türen auch erst zumachen können, wenn du aufgeladen hast, zum Beispiel zum Schluss. Ja, ja, da bin ich ja gerade dabei. So, liebe Zuschauer, wir werden jetzt gleich ein Bild vorfinden. Die Cordainer sind in einer gewissen Art und Weise gestapelt worden. Und genau so müssen wir sie auch stapeln. Genau, richtig. Ach, wären wir schon da, okay. Na, du, bitte. Ja, bitte. Der zweite Kramer läuft gleich. Ja, ja. Ich hab beim großen Meister Mario Hirschfeld gelernt, was Container angeht. Ach so, ja. Ist es so? Nein! Ich hab'n Container verloren. Hast du nicht festgemacht? Nee, hab' ich vergessen. Oh, nee! Fehls, Badmau. Oh, nee, 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 nee. Jetzt blockiert er die ganze Strecke. Ich seh, ich rammel da einfach durch, ne? Also... Wie der Stau auf der A40 Richtung Dortmund. Dankeschön. Nee, nee, nee. Der von NTV. Ja, ja, ja. Man kennt ihn. Das ist mein Spiel. Ich merke es schon. Ach, oder? Das tippliche Schenker-Ding. Hör doch auch. Jetzt wollen wir nicht mehr Gewinner nennen. Weiter, fahren Sie weiter. Ich muss jetzt aufladen. Ja, Sie haben wohl hinten noch eine Tür vor Ort, ne? Ich weiß. Ja, wieso? Oh, Alter, wieso? Ach. Alter, wie der Letzte. Jeder Letzte hier. Jetzt noch komplett zumachen, so an die Straße. Ja, einmal komplett quer stellen. Bitte, danke. Ja, jetzt kurz weggeschmissen. Es geht schon. Ich sehe aus wie so ein Güterzug. Oh, ich habe gerade eine Tür aufgemacht. Ich mache die mal wieder zu. Ja, so ist das. Wieder gefettfigert. Ist aber auch verwirrend. Wie viele Anhänger hat man jetzt hier? Also vier Stück. Plus den großen, den du selbst dran hast, ne? Warte mal. Ich kann aber reinfahren in diese... in diesen Bereich, oder? Ja, ja, klar. Du kannst in diesen vorgefertigten Bereich fahren, wo da auch dein Ding entsteht. Da ist auch so eine kleine Haltebucht. Die habe ich so ein bisschen farblich. Und wo ich hinpark, ist egal. Also die Container. Wo du hinparkst, ist quasi egal, ja. So. Wir sind auch gleich da, wo Werner ist. Äh. Da gucken wir mal weiter hier. Wie lädt man denn jetzt hier auf? Oh, nee. Das war es dann mal mit dem Gewinner, Gewinner. Gewinner, Gewinner. Heute habe ich mich auch nicht Gewinner genannt. Ja. Daran wird es liegen, dass er jetzt nicht gewinnt. Richtig. Ich finde auch die Holzbrücke hier sehr, äh, sehr stylisch. Wenn er da drüber fährt. Genau das. Top. So, warte mal. Greenware. Ja. Sehr schön. Jungsfeuer hat das Gefühl, ne? Der Kalmar läuft, der Zweite. Wie der läuft. Ich bin am Abladen. Ja, ich bin jetzt auch gleich los. Und, äh, muss halt da, wo der Kalmar stand, da abgeladen werden werden, ne? In dem Bereich. Ah, jetzt doch. Also abladen, ja. Jaja, klar. Eine vorgefertigten. Sorry. Da habe ich mich, äh, missverständlich ausgedrückt. Stefan, wieder mal danke für nichts. Ja, es tut mir leid. Was hat, äh, komisch. Hm. Ja. Das heißt, da, wo der Kalmar stand, muss ich den Ton bauen. Ja. Äh. Da sagt er doch gleich Mäuschen. Genau. So, wir laden die Nummer auf hier. Auf geht's, Leute. Kann man die miteinander verbinden, die Container? Nein, leider nicht. So, Freunde, jetzt komme ich auch. Es gibt so Zwischenteile. Weil, wie, du kommst auch. Wo bist denn du? Ja, alle noch. Hat mir noch ein Fischbrötchen gegessen. Lecker. War ein bisschen Stau, ja. So, wir sehen da hinten UPS unten, DHL. Irgendwas anderes dann. Ja, Herr Hapag-Leut und so sind die anderen alle. Wer wäre ne? Ersteck Werbung. Was hat er hier jetzt wieder gemacht? Der Hafen als der höchstpersönlich. Der Randy ist eher so der Hafenpriester. Naja. Ich glaube, der Randy übergibt sich immer gerne, glaube ich, am Hafen. Auch, auch, auch. Du bist an der falschen Seite, ne? Ich bin an der falschen Seite. Du bist blau. Du bist blau, da steht ein roter. Ah, aber nee, ich darf den Sie. Da für Sie. Machen Sie. Ja, kein Bock, weiße. Ich dachte, ich sei der Lusteste in der Runde, aber... Oh, meinst. Ich hab's grad noch mal in das Bessere gelehrt. Jetzt durchschalten. Der war's nicht. Der war's nicht. Ist Ansgar schon da? Nee, ne? Nee, nee, nee. Das ist da. Ja, genau. Der macht doch... Also... Der macht doch Einkauf für die Woche. Ja, ja. Wir war's vielleicht. Sparend. Bitte. So, einmal... Nee, das war's falsch. Da war ich jetzt. Ich hab's direkt Containerverkauf hier gestartet. Ah ja, schön. Nett. Ja. Das heißt, die müssen einfach nur stehen, ne? Die müssen einfach nur stehen und übereinander sein, ja. Die, in welcher Form, ist egal. Aber die dürfen halt nicht umkippen, ne? Ach so. Das ist halt wichtig, ne? Die müssen halt schon stehen bleiben. Und dann Windschluss kommt? Was war denn dann? Ähm, Repp. Reparino. 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 Ja, gucken wir mal, ob der Ansgar noch kommt, bevor wir fertig werden. Ja, 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 ja. Ja, ja. Bestimmt. Geben Vollgas hier. Alles, was er hat. Alles, was er hat, ja, ja. Oh, schön, die Räder drinnen durch, wenn das Ding vorne als fährt. Hm, grüße. Ja. Die Strecke geht auch deshalb, weil hier irgendwie die ganzen Laternen und so keine Kollision haben, ne? Ja, ja, deswegen. Ja, das ja. Ansonsten wär's halt schwierig gewesen. Ich hab das vorher einmal abgecheckt und dann geht das ganz gut. Ich hatte erst noch eine andere Idee gehabt, aber das wär dann, ja. Was hättest du noch eine Idee gehabt? Weil ich glaube, ähm, die Zuschauer, die hätten da schon Bock drauf, wenn wir da... Ja, noch die Kommentare ist an der ersten Folge gesehen. Also da waren ja auch coole Sachen dabei. Da waren viele Ideen dabei. Ein paar können wir sicherlich umsetzen. Also nach wie vor gilt, wenn ihr coole Ideen habt, dann lass es uns gern wissen. Wir werden sicherlich auch die eine oder andere Idee dann davon übernehmen. Ich denke auch. Bis die Container wird aufgeklappt sein, ne? Nein. Ah, ist jeder von euch auch mit 5 kmh hier über die Brücke gefahren? Was? Weil das ist ja hier die Vorschrift, ne? Natürlich. Wenn nicht, dann müssten wir jetzt nochmal neu anfangen. Ja, genau. Das geht ja nicht. Das ist richtig alles gar. Ja. Hol dir mal ein Schnappkes. Richtig, genau. So, grüße. Hallo. Schön, dass Sie einrichten konnten. Ah nein, jetzt bin ich rausgetappt. Verdammt. Wo bin ich hier? Ja, der Stefan, der... Ja, in meinem warst du gerade. Ach so, entschuldige bitte. Ähm, der Stefan, der will gewinnen. Ja, aber Werner ist schon einen Tacken weiter, ne? Das ist halt... Jetzt ist schon Schenker drauf. Schenker ist der Firma. Aber man kann die nicht alle schon jetzt abtoppeln? Okay. Nee, das geht nicht. Immer nur einzeln. Das ist doof, ja. Das stimmt. Traurig auch nicht. Ja, hier, Junge. So, wie geht es denn los? Ja, ja, ich bin gerade getappt. Nee. Diese Kacke, diese Kacke, diese Kacke. Werner, hat dir dein geordnetes Prinzip denn geholfen? Ja, tatsächlich nicht. So ehrlich muss man sein. Ja, gut, aber. Nee, das Problem ist, du kannst dir halt wirklich nur einen abkuppeln und dann den nächsten abkuppeln, ne? Ja, das ist leider so. Damit musst du immer reinspringen und das dauert halt alles länger, 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 länger. Mal hoch machen, den Lörr ist hier. Mal aus, das Ding hier. So, Maximum. Grüße. Grüße. Hatte ich da eigentlich auch ne Rufe? Ah ja. Junge, 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 Junge. Ich höre in die Luft ruchen die ganze Zeit. Da werde ich aber, da werde ich aber feldet sein. Oh, das ist aber instabil. Warte, da muss ich mal ein... Es wackelt ein bisschen, ne? Ja, ist ein bisschen... Aber ist auch hier, wir sind an der Nordsee hier, ne? Ach so, ja. Ist ein bisschen böig. Gut, dass du nochmal gesagt hast. Böig. Böig, vor allem, ja. Das ist schwierig. Junge, 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 Junge. Haben die kein Band, man? Ist der auch mal, Junge, ist der hier, oder mal? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, stopp! Oh, Mann, oh, Mann. Der Randy, der ist einfach der Profis. Ja. Oh. Werner lädt den letzten auf. Ich glaube, Werner wird das machen vor The Win. Auf Ehre. Das weiß ich nicht. Ah ne, jetzt hab ich den falschen hier, ah ne! Das ist der Kratzplatz vorher verdichtet, ne Ansgar? Ah jetzt hab ich den falschen abgeladen, aahhh, ne du. Was für ein Ratz. Das müsste aber jetzt ja... Oh, dafür ist ja bekloppt bei, ne? Geht das wirklich, Stefan? Geht, ja. Genau auf. Und jetzt ein bisschen zu viel Gas, dann war's das, ne? Ja, ja, das ist richtig, ja. Das ist ja die Herausforderung. Werden die ja richtig rein in den Schub. Oh, Werner hat gewonnen, glaub ich. Ich glaub, das war's. Ich hoffe nicht. Doch, doch. Das ist der letzte und wird mir hier drunter als... Oh, Werner hat gewonnen. Ja, wohl. Glückwunsch. Wo ist mein Pokal? Den druck ich dir gleich aus, hattest du ja gesagt, ne? Ja, genau. Mit dem guten Drucker. Hintenstrahler. So, also wir gucken nochmal. UPS, DHL, irgendwas anderes. Schenker, Evergreen, FedEx. Jo, sieht gut aus. Guten Tag, Herr Nachbar. Na, wie geht's denen? Machen Sie nochmal ein Chipschen, oder was? Ja, helfen Sie mal mit. Ah, ne. Die Chipser, die sind ja... Die musste ja mit sehr viel Kontinence hier machen, ne? Ja. Ob das Fahrzeug dafür ausgelegt ist. Ich glaube nicht. Gäste aber auch nicht über Ihren Fahrstil aufregen. Ja. Gehen wir weiter. Wissen Sie, in der letzten Folge... Ich war ein stiller Gewinner. Mhm. Ein stiller? Hä? Ich war wirklich ein sehr stiller Gewinner. Ich hab keine Tipps gegeben. Jetzt kommt... Jetzt kommt der Werner hier, aber... Ja, Stefan, kannst du ablassen. Wackels. Ja, ist egal, komm. Zweiter. Zweiter. So. Läuft auf jeden Fall. Wird übrigens gerne das Preisgeld mitnehmen von sieben Millionen. Sieben Millionen? Ja. Wenn's okay ist. Zahl ich dir aus. Perfekt. Mit fünf Euro Schein, ist das okay? Ja. Einen kleinen, nicht nummerierten Schein. Ja, so richtig. In Slottis, genau. So, wir gucken mal, was die anderen machen. Randy ist gerade dabei, den zweiten. Ansgar. Randy, ich hör dich gar nicht mal fluchen. Bist du so gemütet, oder was? Ja, ja. Ach so. Hab' mir grad ein Bild von ihnen angeguckt, da wurde es mir schlecht. Ja, nicht. Ja. Oh, das steht da mal echt hier in der Stiefel. Das ist immer ein mutiges Statement, ne? Oh Gott. So was wollen wir hier eigentlich nicht, Randy. Werner hat ein bisschen sauberer aufgeladen. So was mögen wir hier nicht. Ja, wenn du sauber bist, guck' Randy an. Ich guck' Randy an. Ich guck' Randy an. Schick. Sächsische Präzision sehen wir da sicherlich. Ohhhhh. 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 Raffaini. Das ist für ein Sick-Monster, ne? Ach. Randy hast du früher, ich frag' jetzt nur, ne, für ein Schulprojekt. Hast du früher sehr viel mit Bauklözen gespielt? Nee, weil ich fand Lego schon immer kacke. Naja, das prächt sich jetzt natürlich, ne? Ja, schwierig. Stefan, was sagst du hier zu dem, zu dem Schlechtwetterüberstand? Ja, gut. Super. Also wenn's regnet, kein Problem. Bei Randy können wir unterstehen. Ja! Dann könnt ihr euer Fischbrötchen essen. Ja, also bei mir, ja. Gut. Was, was, was trinkt man eigentlich klassisch so ein Fischbrötchen dazu? Rotwein. Rotwein? Was? Nee. Ich denke ruhig. Hat nur so ein YouTube-Kollege mal gesagt. Ah ja. Ich hätte jetzt viel erwartet, weil nicht Rotwein. Rotwein auch nicht, ne? Aber jetzt mal, das ist tatsächlich ne Frage, die hab' ich mir noch nie gestellt. Aber was trinkt man denn eigentlich dazu? Keine Ahnung. Bier? Apfischschorle, würd ich sagen. Nee, weil man sich mittags so ein Fischbrötchen packt. Fischbrötchen. Erstmal ein Bier hinten rein. Erstmal ein Bierchen. Ich verstehe die Frage. Bitte. Hör mal. Erstmal ein Bierchen. Ach, herrlich. Was ist das? Evergreen und FedEx. Evergreen. Genau. Mit Fed kommt zum Schluss. FedEx. Ist wirklich viel mit Geduld, der ganze Kram hier. Naja, ich hatte aber auch... Ist das normal, dass wenn du mehrere Container mit einmal abkrabbelst, dass die einfach auf die anderen wieder dran gehen? Ja. Du darfst mal nur einen. Hatte ich zu Beginn gesagt. Hör, hab ich nicht zugehört. Na ja. Ist aber auch sinnlos. Na ja. Der Werner. Einfach Kuchen Langeweile, die man da ganz sieht. Sollten wir mal ein Fischbrötchen holen, ne? Ich weiß aber nicht, wo der nächste Stand ist. Aber ich hab den da abkrabbelt. Ja. Junge, 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 Junge. Ich guck das Ding gleich aus Aneinander. Ready? Das ist der Puwe hast der hier. Bleib mit. Bleib mit dir ruhig. Ja. Ja. Du bist halt die Monetarisierung. Die ist jetzt auch weg. Ach ja, gut. Danke. Danke für nichts. Danke schön. Guck dir das da an. Das Ding ist abgekoppelt, aber dann auch nicht. Und ach wie. Was ist das? Ganz entspannt. Du musst dir mal beim Metro so ein Eimer Gefühl holen. Du hast das nicht mehr. Ja, ja, ja. Du plopfst da immer wie auf so einem Hemmerle-Spiel. Bisschen Liebe. Hiebe. Was für ne Dummes. Liebe, Hiebe. Brandy. Ja, jetzt bin ich auf dem Richtchen, ergeblich. Gut. Abkoppeln. Und wette ich mit dir, dass der jetzt weiterhin fest ist. Ah. Ist ja nicht so, als hätte ich jetzt schon zum dritten Mal die Scheiße angehört. Ja. Die Emotionen, die spürst du bis hierher. Ja. Geht heiß her. Es geht heiß her. Das ist ganz dumm verhast. Ui. Ui. Jetzt, ein Menschens. Guck dir da. Guck dir das doch an. Scheiße. Guck dir das doch an. Großen Respekt an alle Beteiligten. Das Ding war abgekoppelt. Ich wollt's nur mal sagen. Ja. Ist jetzt nicht so, jetzt hätte ich das mit Gewalt irgendwie rumgehobbt. So, koppel mal ab, wer da hier den letzten für Randy. Stefan. Dein Nee. Das war das unüberzeugteste Nee. Einfach was sagen, damit ihr nicht komplett ausrastet. Ja. Einfach ein bisschen. Stefan ist einfach der beruhigende Hafenmeister. Ja. Jeden Tag damit zu tun, ne? Auf Arbeit. Leute, die eskalieren und so. Achso. Ja. Ja. Oh, 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 oh. Ah, Randy. Sehr gut. Sehr gut. Ganz knappe Nummer hier. Oh, 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 oh. Warte. Das will ich sehen, wie das Ding umkippt. Ui. Ui. Nochmal spannend hier, du. Ja. Wenn wir jetzt... Wir gucken mal. Oh, Randy setzt an. Tadaa. Ich glaub ich hab's. Ja, Ansgar hat's geschafft. Jo. Hm. Ah. Hahaha. Ganz knapp. Guck mal nochmal bei Randy. Das ist mit dem Halt. Trotz des Haltes. So ein paar Minuten da. Ja, das war... War auf jeden Fall... Randy auch geschafft. Sehr gut. Sehr gut. Alle Türme schäden. Ja, sehr cool. Ja, Randy. Hast du richtig gut gemacht. Jo. Für jeden verdammten Fall. Ich würd sagen, Randy, nächste Container Challenge incoming. Ja. Ja. Ja, aber war ne coole Challenge. Ja. Wollen wir nicht. Physikalisch zwar ne Katastrophe, aber kann man machen. Wir werden euch das Container Pick dann nochmal verlinken. Irgendwo, dass ihr das auch mal ausprobieren könnt. Kann man natürlich auch sinnvoll nutzen. Also man kann da auch Dinge drin verstauen, wie eben gesagt wurde. Zum Beispiel Paletten oder sowas. Das ist dann auch sinnvoll einsetzbar. Oder man nutzt es halt so wie wir heute. War ne coole Challenge. Werner war der Erste. Stefan der Zweite. Ja. Ich hab dann immerhin noch den dritten Platz erreicht. Und der Randy den vierten Platz. Aber er hat geflucht wie ein Weltmeister. Ah ja. Nächstes Mal werden wir den Randy so eine Pulsuhr. Da wird nix angezeigt werden, dass es clean ist. So. Nie vorhanden. Okay. Ja. Also herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Werner. Danke. Danke. Vielen Dank. Und wir sehen uns dann nächsten Sonntag in der nächsten Challenge wieder. Wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ja. Und was sagt ihr jetzt hier? Der Gewinner. Hier. Letzte Worte. Dankeschön fürs Vorbereiten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.